Aber die zum Rodeln sollten den Schnee gut schneiden können. Spalten. Nicht schneiden, spalten. Oh, nee, der hat jetzt keins. Keinen fucking Ernst. Nee, auch ein Schwertkonspalten. Macht man teilweise mit Messer, nennt man dann Beton, aber können auch Messer spalten. Mann, bin ich ein Klugscheißer. Die ist eine Angestelle. Wow, den Übersetzer möchte ich immer noch. Du findest auch noch andere im Dorf. Ja, schön. Keine Köder ausgewählt. Kann ich überhaupt einen Köder auswählen? Nein. Halte A, um die Angel auszuwerfen. So, lasse A los, um... Ah, okay. So werde ich nicht zwangen. Ja, man braucht nicht unbedingt einen Köder. Was für einen Köder braucht ihr den? Ah, warte mal, ich hab doch... Ja, 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 Maden, Maden, Maden. Ja, sein können, dass da irgendwie was Spezielles wiederentwickelt werden muss, damit er überhaupt seinen Arsch hochbekommen, um sowas zu machen. Ich muss angeln. Ich muss das testen. Ey, ich hab zwölf Stück. Okay, hier gleich um die Ecke angeln. Man muss... Dass der Stahl fertig ist. Wir hatten hier diese Suppe bestellt. Weiß ich nicht, war der Angelplatz auf der Seite oder auf der Seite? Ich glaube, auf der anderen Seite. Baum. Baum hielt Friedhof Serder fest. Hauen Rang ihn zum Boden. Nämlich, da gibt es nämlich auch eine Rundschaft dafür. Hat nichts zu machen, ne? Hauen Rang ihn. Ah. Okay. Oh, ich schauke, ich habe vergessen, wie du mitzuhalig. Okay. Das ist so aufregend. Wann? Ah. Oh. Das ist, äh, wow. Das ist ja noch extremer, wie bei Starter Valley. Yes, baby! Ich wollte den Karpfen. Ich habe einen Fisch gefangen. Ich habe einen Fisch gefangen. Ich habe auch noch gleich einen goldenen. Ich habe bisher noch keinen Erfolg in dem Spiel gehabt beim Angeln. Ich habe es geschafft. Das ist aber super schwer, weil ich ja nicht mal mit dem Controller spiele. Äh, bei Starter Valley ist es mit dem Controller voll easy zu sagen. Hier, bei Graveyard mit dem Controller? Nee. Nee. So, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Flüchtlingsleute. Ich auch, aber mache irgendwie irgendwas falsch. Flasch. Die Angel hat mich so geflasht. Wobei, man muss schon immer sagen, ne? Immer wenn ich das Wort geflasht höre, also überhaupt flash, ne? Bin ich immer ein Flash geworden? Komm mal, ich muss das hier oben machen. Flasch. Ach, der hat der Original Flash ist immer noch das Geilste. So. Oh. Warum? Ernsthaft. Ihr lauft die ganze Zeit rum. Fresst euch irgendwie satt und macht gar nichts. Ich sag, so langweilig. Wobei, ich. Kann ich bei dir verkaufen? Und bei dir sogar Gold zum zu kaufen. Ah. So. Hab ich irgendwie, außer Gold, noch irgendwas? Äh, Pulver? Sonst willst du nichts haben, ne? Müssen wir hier warten, bis das auf zwölf ist? Das ist so bescheuert. Ah. Wer hat schuld? Alizea. Er hat die anderen Flüchtlinge abgelenkt mit kostenlosen Döner. Das hab ich beim Angeln, da hab ich aber auch. Babababababababa. Das hab ich beim Angeln da aber auch immer. Von daher hab ich das gelassen. Ja, ich hab Wortfühlungsstörungen. Ich denk die ganze Zeit an meinen, äh, Kartoffelcreme-Suppe. Jetzt, wenn du mir was vertragen kannst, ne? Probier's. Mach. Das wird er davon nicht sagen, Schatz. Aber ich. Wieso immer ich bin noch ganz artig. ja klar hast du günther für auch versucht zu verkaufen oder liegt jetzt schon unten auf dem boden wenn er nicht oben ist und lachen liegt sich nicht mehr rein hier gar nicht gut bin ich halt böse ja die kann jeder alles andere ist langweilig ich habe sogar eine fischerei fischerbeutel wenn dann mal gucken schauen was ich nicht alles habe diesen großen dachschaden jetzt fängt hier dann richtig zu regnen deswegen deswegen lieben wir dich wegen meinem dachschaden ach weil ich bin wie ich bin mein gott hat man nun mal an zu beten gut dass ich schon zu hause bin ja das ist einmal hat es auch noch bestätigt hey konnte man hier noch angeln da ist ein fischpunkt da ist ein fischpunkt da ist ein fisch und da waren wir und da auch das kann ich doch hier dann beim leuchtturm verkaufen und im sumpf gibt es auch noch ich weiß nicht wenn man so zu fuß durch geht ne kommt es teilweise an manchen stellen länger vor als hier auf der karte und dann sind hier so wieder so sachen wo die karte irgendwie sehr knapp ist weiß ich weiß nicht was ich meine aber ok Hauptsache ihr seid sehr fröhlich glücklich heiter ist der noch aus mit dem Zeit ich will handeln ich habe hier einen fisch schlage ich nicht mit dem fisch in silber 84 für den karpfen ernsthaft die fischhaft abropus das ich habe pave in der even ist sind doch noch noch whatnot noch und noch noch ein goll that ich auf den Namen mich m souvent mich meine mum äh nein na hand aaaaaaaat den 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 juwelenkühler manches mal ist das echt hart schön weiter arbeiten jungs ihr wisst ihr werdet nicht bezahlen keine püsse ratze aber ich weiß es meine veganen zombies zu motivieren wenn ich es kriegt der fleisch ja ich weiß es ist hart aber manches mal muss man als chef hart durch ja juwelenkühler siehst du jetzt habe ich da hundert prozent da habe ich die möglichkeit 95 ja er nutzt sich auch noch ab wenn soll ich eigentlich wissen wann ich ziehe da bei dem normalerweise ja eigentlich wenn die pose runter geht ja je nachdem wie die pose runter geht immer noch so ein entscheidender entscheidender punkt boah das ging aber fix mit dem ein doofisch ob ob Zadil ich muss mal echt im richtigen moment klicken noch mal ein toolfisch langsam habe ich den dreh raus kein fisch ist dann mehr gewappnet von mir sie ist da der fettig nur hundert prozent dort die angel wirft das ist doch keine keine fliegen dann habe ich null prozent da muss ich irgendwie mal was ein anderes teil haben dann haben wir nur noch glaube ich hier oben beim flüchtlingslager und da wo wir schon geangelt haben wir brauchen wir jetzt mal zum flüchtlingslager jetzt achte ich bin nach hause geboren ja aber hey dann kann ich doch das 1 2 3 4 5 ich kann mathe nur das die matonfischsalat das recht könnte ja mal was machen hier mit fisch mich irgendwann mit fisch wo ist das fisch wie die blaues fisch wie die blaues fischfilet das hört sich nicht so ganz gesund an geht der krieger aber viel fisch aus einem raus recht zwei filets wow wer hätte es gedacht sind alle gleich groß was hat denn der fisch gefressen ist ja eine kranke scheiße wo kann ich jetzt dieses filets hier an der hier sollte ich vielleicht gucken Fischnuggets Fischnuggets ein Stück kann ich davon herstellen blaues fischfilet gold okay 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 dann müssen wir durch das lager zwölf ja den zwölf brauchen wir damit wir wenigstens den schwertständer hinstellen können auf zum kampf ich habe gedacht ich baue da irgendwie so eine deluxe variante hin aber okay bevor ich dich ansprechen kann musst du erstmal wieder an den punkt sein weil jetzt nicht jetzt nicht die schwerte sind fertig perfekt unsere leute sind schon sehr erfahren mit holzstöcken jetzt wird es zeit mit schwertern zu üben so holzstöcke und schwerte sind zweierlei ich habe mir währenddessen ein paar bücher über belagerungstechniken angesehen bald werden wir bereit sein wie kann ich noch im warum warum die einzige chance die sie haben ist uns unerwartet anzugreifen aber auch diese bedrohung können wir eliminieren redest du etwa von einem wachtturm genau baue ihn und die leute von der bergfeste werden uns nichts anhaben können ein turm oh verdammt ist schon so gut wie fertig ich möchte ihm eigentlich nur noch wehtun so schmerzen zufüllen oh 12 äh 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 tülzer und 13 oh yes man meine neue leidenschaft wehtun niemand Join j��als nie das wir wollen wovend und we provoke es ist ู nicht er ist einfach zu gut für diese welt ja ich könnte ihn nehmen aber ein super dickes wird eben bis der arzt kommt oder bis tante keine lust mehr hat ja das spiel die installiert oder die cd zerbricht ja das ist das problem ich habe keine cd bodisch einfach an zerbricht nicht ein silbernen echt echt schmeckt leicht nach münchen störe eine woche vor der fische errungenschaft freigeschaltet ach ich hätte mal die seite wechseln ich hätte auf die gute seite gehen wie war das bei star wars battlefront ist man auf der guten seite und ist die ganze zeit am planieren wechselt man auf die böse seite ist nur noch am gewinn erhebt mir dass ich doch kein guter mensch bin ich bin schlechter ein böser und jetzt gibt es den gegrillten fisch für die nächsten 14 tage ja ich habe die noch nicht frei gemacht ne mit dem da öffnen wir noch mal nach hause übringlicher fisch mal gucken schauen kann nicht nur eine fantastische kartoffelsuppe wo ich mich selbst übertroffen habe muss ich dazu sagen nicht angeberisch aber ich habe mich damit echt selbst übertroffen so gut habe ich noch nie gekriegt aber ich mag am liebsten geräucherten fischen wenn ihr das denn vorher noch richtig schön eingelegt hast aber wirklich nur mit salz und das ist dann schön räuchern und das sind noch drauf an womit du räucherst also vom holz her da bin ich nicht so ob es auch ein bärlauch ist dabei noch mal so richtig schön in geschmeckt und dann eine schöne post scheibe mit pudrollen selbst man ist in der cox show naja ich sag mal so mein hund hat die ganze zeit gesammelt oh ein bisschen bö h h n ich n